Musik 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 Das scheint hier zu von dir aus dem Mars war es mag ich in Tok zu sein. Von dir aus der Nummer 7 in dieser Serie, Sicherheit im Leben. Jetzt in einem zu lesen, habe ich gesagt, wo Johannes sagt, dass Gott als Licht in einem als nichts dienst. Und so er sagt, warum wir sagen, wir te Gott hier hören, und ob wir einen Sinn in diesem Leben leben, dann dürfen wir leben und wir sind nicht in der Wahrheit. Und dann können wir uns fragen, wo wir dort in dem Licht wohnen oder in diesem Leben wohnen. Und so von dem werden wir mit diesen Gedanken wieder gehen und wir werden dann weiter anfangen in den Text, den 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5, und das werden wir ganz durch Vers 7 lesen. Das wird das Wort, was wir von ihm hier getan haben und jetzt nicht sagen. Gott als Licht in einem ist nichts diestert. Wenn wir sagen, dass wir zu Gott gehören und über einen Sinn im diesteren Leben, dann leben wir und dann nicht die Wahrheit. Wenn wir über den Licht von Gott leben, so wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft in den Unter und das Blut von seinem Sehen. Jesus Christus merkt uns rein von allen Sinn. So wie können wir sagen, mit der Wied, die Johannes hier sagen, der besonderlich in Vers 7, und das ist eine wichtige Sache. Er sagt hier so, dass die Person, die im Licht von Gott leben wird, als du bist, so eine Person wird erinnert, durch das Blut von Jesus Christus von allen Sinn. Alle Sinn sind wachgewaschen. So dort, wo wir wollen sein, ist ein feiner Platz. Du hast alles sicher. Und so, wenn wir nicht du bist sind, dann haben wir nicht Sinn in der Vergebung. So wo wachst du sein? Nichts, was du sagst. So, wo bedient das dann am Licht leben oder am diesteren Leben? Weil hier so ein Vers saß. Du sagst dort dort, wann wir sagen, wie zu Gott gehören, und über eine Sinn im diesteren Leben. Dann doch wie leh. Hier redet das von der Sinn im diesteren Leben. So diestern ist es verbunden mit dem Sinn. Die andere Versatungen haben wir Sinn, hierzu nicht. Plotisch haben Sinn, hierzu, wenn andere Versatungen seien nicht Sinn. Über ein Sinn, ein Port von einem diestert Leben. Nun, Gott versache es doch nicht. So wie wir haben viele Schriften, wo wir sagen, Sinn ist ein Port von einem diestert Leben. Wenn wir denken, wenn Johannes selbst, in das Evangelium, Johannes Kapitel 3, verschnimmt hier in der 21, er redet auch vom Licht und diesternis. Und er redet von den Beiseworten von einem diesternis. Und wo dort es ein Port von einem diesternis ist, und so eine Menschen wollen nicht vom Licht kommen, und wo so eine Worte am Licht sind, die dann Beiseworten von einem Dach bringen. So ja, so ist das hier zu sagen, dass ein diestert Leben als ein Leben, wird eines Sinn bloß hüten, und dort bloß wo er well hüten, dort wird er gleich, die Welle nicht im Licht sein. Und Johannes sagt, dass wenn ein Mensch nur bei einem bloß leben wird, und sagt er hier zu Gott, sagt er, dort stimmt gar nicht. Und so ist es, wie wir heute eine dritte Klauselweg, wie dort ihr redet, etwas voll zu lernen, wie wir ein paar Menschen sehen, dort wegen der jährigen und der physischen ganze Port ist, sehen sie, ein Kondom wird immer ein Wohl an meinem Körper, und dort hat mir kein Unterschied für mein jähriges Leben. Und Johannes sagt hier so, dort stimmt gar nicht, dort sind Lehnisse. Und heute hat diese Dinge hier so klar gestanden, wo dort es. So, wenn wir hier so 1. Johannes 1, Vers 7 weiterlesen, sagt, wenn wir im Licht von Gott leben, so es heil im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft uren und unter. So, wenn wir im Licht sind, dann haben wir Gemeinschaft. Wer hat Gemeinschaft? Glauben wir Menschen, oder von wem redet? Nein, das ist das Verhältnis zwischen Menschen und Gott. Er sagt, wenn wir im Licht von Gott leben, dann meint, dass es stimmt, dass wir wirklich Gemeinschaft haben mit Gott. Das ist ein Beweis, dass es stimmt. Wenn wir sagen, dass wir in Gemeinschaft mit Gott sind, aber das Leben ist nicht, in Gott sein Licht zu sein, dann sage ich, dass es stimmt. Und so, wenn wir im Licht von Gott leben, dann sage ich dir, dann können wir uns vertrauen, dass das Blut von Jesus Christus reinigt uns von allen Sinn. Was wir hier tun haben, was wir auch noch tun wollen. So, das ist mir eine Frage, von uns alle von dir. Ich stelle mir, dass du mir definierst, dass du das Glauben nicht und Gnosticismus. Das sage ich mir deutlich, dass du mir das Glauben nicht und das ist mir eine Frage. Leben viele Menschen, so ist, wenn sie Gnosticismus leben. Und nun meine ich spezifisch das Ein-Port, dass wir leben, da ist nicht wichtig, wo wir leben, aber da kein Unterschied mehr für uns, jesliche Leben. Ich glaube, die Gedanken, dass er nur ein Grot in der Welt im Grottengonsten ist, dass du gleich, ich Gott, sie nicht nur, auf mich geraten, was immer so alles ist betult, dort ist nicht so nah, wenn ich in Sinnen leben, dort ist nicht so wichtig, wenn ich hier hüttet, da ist der NUVs verjift. Wenn ich Johannes, wie ich hier so lesen, da, mich spezisch, da krieg anders. Wo spezisch, ich nicht mit dir? Weitze, wer wir uns selbst wieder prüfen, sagen, wo wir stehen, wer wir uns, ob Gott sie in Wut verlassen und wo dort sein wird, morgen, wenn wir wieder gehen, mein Krieg, das hier dann, wird es hier jetzt wieder in der Timane. So, ich möchte Gott uns sehen, wir sehen uns mal, zum nächsten Mal.